Musik 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 Ok Ich bin wieder da Ok Ich glaube ich habe jetzt meinen Führerschein bestanden Es ist echt richtig cool Manchmal Fahrer zu zum Tor Oh Gott Jumper Ja 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 Oh Gott Hey Lässt du dich gleich von Anfang an fahren Ja Ne Ich hätte noch eine theoretische Prüfung Was macht die Jetzt soll ich da Wetten ich muss da jetzt einparken Wetten 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 Ich wett's mit dir Jetzt sagt ihm bestimmt bitte parken sie hier ein Danke Versuch bitte zwischen Ich da machen Das ist Warte Zwischen Blau Und Gelb Die straße An der linken seite Ne Hier ist der streifen Es ist Die ist zweispurig Oh Gott Würde ich auch so'n scheiß machen muss ne Musst du wahrscheinlich Scheiße Julien Geile Warte Warte Zweiter Versuch Zweiter Versuch Zweiter Versuch Warte Ich hab Gott rechts Zweiter Versuch Ich will doch kein Heli machen Was macht die Jetzt läuft die weg Was macht die Im Moped fahren Wo stehst du eigentlich Guckst du mir zu Ich frag mal ob ich bei dir einsteigen darf Oh Oh Juli Lass mich mal kurz fahren Geh Ich komm da nicht rein Ich komm da nicht rein Jetzt Doch Was macht die What the fuck Ach die hat da drüben was aufgestellt Hey was Ja die Pylonen da Ach du scheiße Oh ne Oh ne oder Ich will zuschauen Ich will zuschauen Ich will zuschauen Hier rückwärts rein Im Ernst jetzt Dann wieder raus Dann wieder raus Ohne Witz jetzt Schau dir mal zu Und dann hier rückwärts rein Ach du scheiße Geh die hier Kommt die hier rein oder Nein Doch Nein Ja Oh wie dich nicht Ey die schreit sogar Geil Warte es reicht nicht Mach einfach rückwärts rein So Und jetzt Ach du jetzt da rückwärts rein gell Ja Ist scheißegal wie oder Ja Einfach rückwärts rein Jürich soll ich dir was sagen Krippierst gleich Warum Ich bin auf deine Lebensanzahl Ups Ist mir egal Ja Jawoll Guck mal hier kommt der Profi Ja Ha Siehst du das Fehler Von vorne Hä wie von vorne Hä Hä Wie Wie Die hat doch gesagt rückwärts Ja ja eben Hätte ich doch genau gleich Ja Da ist Ja Ja Jürich Ja die Idee das ist doch das war gleich und kein hütchen berühren okay mama weil gut besser dies weggeräumt da ist es nicht wie er sagt er kommt und wenn sie in den Raum ein Geräusch brenzende Kostelle gehen nun gehört alle wieder das die steigerin ich bin ein gestiegen Ich hab den Führerschein Alter, du hast Wir hätten nicht einparken müssen Doch, rückwärts sogar Lol Das reicht Junge, selbst ich bin nicht fertig Mit dem Führerschein Ich bin schon fertig Alter, leck mir die Eier Junge Hey, Leute, der hat dir Geld gegeben? Ich muss wieder vom Zauberge... Ja, der hat mich überfahren Was? Ich müsste dann wieder mal weg Oh, sch... Gleich dann Okay Letzter Test, dann gibt es zu essen Okay Scheiße Und jetzt... Mama, ich schalte doch jetzt aus Okay Okay Und jetzt... Ah, okay, warte, ich soll kurz aussteigen So Oh, man... Oh, man... Oh, man... Komm... Okay, 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 okay Ich brauch was zum Essen Drinnen ist ein Automat Jawohl Ach, mit Slash kaufen Äh... Ich kann mir Kondome kaufen Würfel... Was kann ich... Was soll ich denn da kaufen? Wasser oder was? 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 Was soll ich mir kaufen? B-Enter Was? Oh... Okay, okay, okay Oh, Gott Okay Okay, danke Oh, Gott Ich bin wieder voll Leck mir die Eier So Kannst du ihn annehmen Ähm... Ähm... Slash... Ähm... Juhu Warte, was? Äh Was soll ich denn da? Was soll ich denn da nehmen, warte? Ah, Slash-Accept-Schein, ah, okay Ah, halt, ja Jawohl Ähm... Machen wir dann den zuerstorten? Jawohl User in your channel timed out Oh, nee, Paddy ist out getimed Echt? Ja, wenn du bist, kannst du das so machen Also, ich bin dann wieder zurück Nehmt ihr noch auf? Ja Wo ist Paddy hin? Paddy ist, äh, out getimed und AFK Achso Okay, ähm, ich komm da wieder an, weil ich wurde gekickt Okay Irgendwie hat das ja aber Probleme mit meinem S&P Läuft Jetzt ist Paddy wieder da Ja, aber gemutet Aber gemutet Paddy, wir sind jetzt fertig, die würde jetzt mit dir die Führerscheinprüfung machen Wenn Paddy da wäre Und was ist alles? Ich suche gerade ein Haus Beziehungsweise, ich suche die Bewohnungsverteilungsbehörden Linksbums Das Ist der Paddy noch da? Oh, bitte lass... Bitte lass... kann ich die nehmen? Was ist das hier? Ja Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir eine kleine Pause machen Und, ähm, sehen wir uns, äh, in der nächsten Aufnahme wieder Kommt drauf an, ob es jetzt die nächste Folge ist oder, ähm, was auch immer Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag Ich hoffe, es hat man wieder Spaß gemacht, ob... Wenn's am Anfang sehr lustig war und am Ende, ja gut Ging's auch Aber auf jeden Fall werden wir das auf jeden Fall, äh, werden wir das wiederholen Oder? Denk ich mal Deshalb wünsche ich noch einen schönen Tag und, ja, bis zum nächsten Mal Tschüss